Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Portal. Boah, wir sind verdammt, verdammt, verdammt nochmal knabben gekommen. Wir haben die 19. Testkammer offiziell geschafft, aber die wollten uns loswerden. Sie wollten uns ohne Gnade einfach ins Feuer werfen und uns loswerden. Vor allem Arsch, es gibt einen Erfolgskuchen oder was sie auch immer sagen. Diese Warnungen, die wir gesehen haben, The Cake is a Lie, der ist wirklich eine Lüge. Warte mal, das sind Bauteile. Ich schätze mal, wir sollten uns beeilen, bevor hier noch mehr rausgeholt werden. Nicht die Tür, die hier. Hallo? Wo sind sie? Sie sind doch hier. Ich kann es fühlen. Hallo? Wir reden bestimmt nicht mehr mit ihr. So. Wo? Ah, da oben. So, wo sind wir denn jetzt hier? Abgeschlossen. Kann das nicht aufhalten. Wir finden jetzt heraus, was mit dieser gottverdammten Anlage zu tun hat. So, hier ist offen. Ach du Scheiße. Yes. Was geht hier ab? Hier sieht ja alles am Arsch aus. Warte. Unterweg, du Stuhl. Daran kann ich mich noch erinnern. Das war hier, wo gesagt wurde, dass das unmöglich ist. Unschaffbar. Da scheint es weiter zu gehen. Was ist hier? Ja. Hier ist auch ein. Offiziell wurden wir die ganze Zeit beobachtet, haben wir gedacht. Failed. Hier geht doch irgendetwas. A case shooting is genetic life from a disc operation system. Genetic life in disc operation. Competing with Black Mesa. Black Mesa sagt mir auch etwas. Was, wenn ich mich nicht recht erinnere, war das von Half-Life die Firma. Half-Life habe ich persönlich nie gespielt. What is Black Mesa? Ich darf nicht auf jeden Fall. Du, 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 du. Ihr könnt euch das gerne mal durchlesen. Ich versuche das mal gerade. Aperture hat auf jeden Fall, so wie ich es raten würde, mehr Erfolg, aber von den Awards her, also Auszeichnungen weniger. Ich habe keine Ahnung was ich jetzt sagen soll Okay, hier ist wieder eine Zeichnung Ach da oben sollen wir Ich muss diesen Zeichnungen gerade blind vertrauen Ich will hoffen, dass wir uns auch richtig irgendwo hinführen Ah, ich verstehe So Flop Was machen Sie denn? Sie haben es noch nicht geschafft Das ist die falsche Richtung Ah, ich bezweifle es Ist da jemand? Ja, aber ich rede nicht mit dir The cake is a lie Ja, das wissen wir, danke Wollen wir jetzt ernsthaft hier rein? Oh Ähm Ich hoffe, dass das jetzt kein Fehler war Okay, der Test ist vorbei, gewonnen Gehen Sie zum Rückgabekomplex Zu Ihrem Kuchen Der Test war toll Und wir sind beeindruckt von Ihrer Leistung Das war's Kommen Sie zurück Was wird's? Oh je, der Kuchen ist angeschnitten Ich hab gesagt, Sie sollen warten Aber Sie wollten nicht Es ist einfach noch da, wenn Sie nicht warten Okay Irgendwas stimmt ja jetzt hier wohl überhaupt nicht mehr Was ist das hier? Was ist das hier? Ist das irgendwie eine Spliconkammer oder was? Was ist das hier? Was ist das? Was ist das hier? Was ist das hier? Äh, aber jetzt bei mir Entwoher geht das weiter Da oben Oh Okay Ähm Irgendwie hängig ist jetzt hier ein bisschen Ich seh hier gerade keine Portalfasche. Oh, da bin ich einfach nur zu blöd, die zu versehen. Ah, ich schätze, hier haben wir irgendwas übersehen. Ah, da haben wir es doch schon. Okay, ich schätze, hier müssen wir was machen. So, da haben wir es doch schon. Junge, Junge, Junge. Und jetzt hier auf dieser Pumpe? Jawoll! Scheint sicher zu sein. Ah, warte mal. Lade Daten, okay. Alter. Die sind echt richtig... Halt die Schnauze. Zum Ausgang! Ich glaube nicht, dass sie wissen, wohin sie gehen müssen. Schnur, strax zum Ausgang. Okay, da kann ich noch ein paar Teile setzen. So, danke für den Aufzug. Gehen zum Bohnen? Hell. The Cake is alive. Okay. Irgendeiner wollte auf jeden Fall zukünftige Leute warnen. Aber... Aber... Ach... Irgendwie ist das Ganze da doch noch ein bisschen... Komisch. Gehen wir durch das Portal. Und dann sollten wir hier... weiterkommen. Ali hopp! Boah! Weißt du was? Ich mache natürlich einen Gefallen und mache heute mal in der 15 Minuten Folge. Ich finde heute schon... Es hat nicht auch Spaß gemacht. Als diese Plattform in die Feuergrube hinabglitt und ich sagte bis bald. Und sie riefen... Oh nein! Und ich dann wieder... Wir haben doch nur so getan als ob. Das war toll. Natürlich. Ist da jemand? Ja, wahrscheinlich immer noch nicht. Ich fasse noch... Ah, okay. Okay. Flup. Okay. Over here. So. So. Und hier. Das kommt mir irgendwie komisch vor. Ich glaub wir sind hier falsch. Es tut mir wirklich leid, denn sie sind nicht mal an der richtigen Stelle. Sie hätten vorhin links gehen sollen. Es ist irgendwie komisch, wenn man darüber nachdenkt. Irgendwann können wir darüber lachen und lachen und lachen. Oh Mann, tja. Kommen Sie noch einfach zurück? Naja, ich glaub dann sind wir doch nicht so falsch. Ja, vielleicht sollte man dann... Okay, sind wir wenigstens wieder hier. Vielleicht sollte man auch wenigstens warten bis alles fertig ist. Jetzt nicht. So. Wie geht ihr das zu? Ich muss hier runter an den Flugladen. Sehr interessant. Was ist... Schon wieder so eine... Unterschlupf nenne ich es jetzt mal. Ey, das kann doch bald nicht so sein, dass hier überall Unterschlüpfe sind. Irgendeiner muss... Hier muss irgendwo einer rumlaufen und am Leben sein. Nein, 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 nein. Ich will runter! Nein, nein, nein. Och, das kann es doch nicht sein. Okay, ich muss anders vorgehen. Mach mal das anders. Das geht jetzt als erstes auf. Das schicken wir so weg. Nächstes ist hier. Nächstes ist da. Das letzte. So, erkennt mich mal. Ist hier irgendwo etwas. Hier müssen wir links. Ja, super. Sie sind kein guter Mensch. Das wissen Sie, oder? Ach, ich bin so... Gute Menschen landen nicht hier. Hören Sie mich? Gute Menschen landen nicht hier. Okay, wir müssen da lehnen. Hoffe ich zumindest. Was soll das denn hier tun, wieder? Okay. Ah, schon besser. Okay. Jetzt sind wir auf jeden Fall ein gutes Stück weiter. Ah, ich glaube, dann mache ich es jetzt doch hier schon mal einen Cut. Auf jeden Fall. Wenn ich diese Folge gefallen habe, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht Anmerkung, Kritik, alles in den Kommentaren. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Langsam, glaube ich, nähern wir uns echt dem Ende. Ich will zumindest hoffen. Oder auch nicht. Das Spiel wird irgendwie jetzt richtig spannend. Auf jeden Fall. Schreibt in die Kommentare, ob euch dieses Spiel bisher gefallen hat. Ob ich das Let's Play so ganz gut gemacht habe. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder als Let's Play Portal ist. Bis dahin. Tschüss.